Wenn ihr bereit seid, werden wir mit den großen Zornen sprechen. Kommt und sprecht mit mir. Eine finstere Präsenz erhebt sich im Westen. Gordak, der große Erdzorn, ist verschwunden. Ohne einen Erdzorn auf dem Thron, werden die Bande, die diese Welt zusammenhalten, schwächern. Das Gleichgewicht wurde gestört. Das Elementarplateau ist instabil und muss gereinigt werden. Wenn die Instabilität nicht behoben wird, werden die Elemente alles Leben in diesem Tal vernichtet. Gordak muss gefunden und zum Thron zurückgebracht werden. Das Schicksal der Elemente ruht in euren Händen. Unsere Hilfe ist euch gewiss. Wir finden den Erdzorn und stellen das Gleichgewicht wieder her.